gut da mache ich jetzt die begrüßung auf zu alle fälle katastrophen video mein sohn fährt auf sehr gut erfährt sehr stabil erfährt nur auf unbefestigten wegen ja eine klippe ist es ja heute mal kein blog sollte man kein bolster sollte man einfach spiel was man so total toll fand ich habe schon viele videos irgendwo in youtube über das spiel was mein sohn hier so zusammen fährt ja ich muss kurz alles zurücksetzen meine idee ist dass ich hier runter fahr aber dafür nehme ich habe ein anderes auto dafür nehme ich ein lkw was zum runterfahren jetzt ja da ja so ein auto nehme ich hier das sieht aus wie ein krankenwagen da war nur eine liga drin und gar nichts wieso hat es sich wieder auf wie weit geht das sind bergung bis noch dahin ist dann schon den strand da fällt jetzt von ganz alleine ich kann wieso wo sind die röder sind jetzt schon am hervorragend liegt mir halt guck mal ja ich jetzt jetzt geht's zurück jetzt ist jetzt fliege ich mal kurz zurück und jetzt schauen wir mal was und dann ist der wien hochmachse kaputt leider falls auch nicht wirst du auch noch sehen hier vorne geht gerade einmal kaputt in form eines krankenwagens aus einem schnellbausatz wieder und dann bestimmt noch ein anderes auto nicht und so ich nehme mal jetzt ein düsenbus ein super halten muss super ein bus da ist ja mega es ist ja mit der fahne 3 da geht gut aber wo ist was ich gebe einfach die ganze zeit gas ach so ich glaube du brauchst kein gas mal geben weil das ding säker wird aber schluchtet sich so noch mal ja schau mal was da fliegt der motor fliegt da fliegt weiter fliegt ja und da fliegt der motor von dem bus fliegt hoch fliegt weit worum auch nicht er hat ja zeit ich setze zeigt euch mal wie ein auto aussieht so sieht der aus wenn der explodiert ist aber und und aber leute der bus kann auch wenn man glück haben vielleicht über wasser fahren ja ja die moderne autowaschen ok 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 ich habe alles ausgesehen weil ich gefahren bin ich schaue mal ein paar bauers jetzt hier runterfahren hui kaputt hm ganz ok gut naja gut haben wir noch ein anderes auto ja wir haben noch tauch wir haben noch ganz schön viel da haben wir vielleicht noch eine andere strecke hm wir haben noch naja vielleicht auch mal nicht schlecht oder ja darum müsst ihr denn da auf dieses buch ausgehen und dann könnt ihr euch hier so eine map aussuchen wie die map hier dann könnt ihr hier euch irgendeiner aussuchen wie die hier die spiele ich jetzt und und dann und jetzt und dann nehme ich hier mal kurz das ganz normale auto und jetzt könnt ihr mal sehen wie das aussieht dieses grün auf alle fälle anbauen will nein du springst er springt naja was du erfährt mal quer dann sieht er mehr aber irgendwie rutsche ich die ganze zeit von naja ich sitze und kummern schüfte jetzt wird grundsätzlich mal eine leute mal platz wechsel ja 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 das ist jetzt ja ich habe mal wie deine bocht aussieht schöne auto so das war dann langsam das wurde video weil wir müssen das ja dann online stellen ein papa das geht erst sechs minuten nein reicht doch noch zwei minuten so toll ist das spiel so doch ja und jetzt fahr mal rechts rum hier da tata 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 tagegen wagen mit leichten kratzern kostengünstig abzugeben ich darf eigentlich bin einfach überrott gefahren oh da sind die türi das ist eine bein strecke da muss ich leider den ip shopion nehmen auch den im millen das ist cool das ist richtig hier stellen wir vor das wie so bezüglich die es nicht gibt keine dazu der mülltonne ist weg wo ja will man auch ja da müssen immer die mülltonnen wechseln das gehört so ich muss gucken ach jetzt auch muss ich wieder eingesammelt ich habe einfach kurz mein auto neu gebaut lassen dass der das ist nicht mehr so komisch aussieht danke früben effekt ist kann aber noch fahren ja papa kann ich mich auf den wir wollen jetzt alleine weiterspielen mit unserem mülltonnen auto und unseren anderen ja das ist eigentlich ein ip shopion richtig ist es genau ja der müll das war machen gut dann soll man nochmal winke winke leute ja und so sieht das aus wenn man ganz schnell irgendwo gegen fährt und noch mal los gemacht winke winke leute wir sehen uns beim nächsten video und wünscht einen schönen was weiß ich nicht alles und behauptet euch wohl flugenkohl fertig gut ja wir spielen jetzt hier noch eine runde weiter ohne euch ja war schön dass das übliche da das fette like ja ja 50.000 likes bitte ja oder oder ja oder 51.000 ja 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 so viele likes wie ihr ihr willst genau ja und so sieht von den ip shopion angst der motor aus so nächster versuch schön dass alle da war bis zum nächsten papa und so genau das war behauptet euch wohl flugen kohl